Moin moin liebe Freunde, ich mach direkt weiter, was wir aufgehört haben. Ich habe gerade einen ziemlich bitteren Tuch gestorben. Aber das lässt die Motivation nicht... Gib Acht auf deine Kollegen, sie geben Acht auf dich! Du musst jetzt links... Wie hab ich das gedacht? Ach... Okay, ich muss da links, da links... Bitte um eure Aufmerksamkeit. Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor bleiben aktiv. Befeuillungsteams wurden angefordert. Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Situation geklärt wurde. Zugewiesene Säuberungsteams, bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden. Ja, wir haben das gehört, wir müssen zur Vorstands-Ebene. Wir müssen zur Vorstands-Ebene kommen. Ja, wir haben das gehört. Wir müssen zur Vorstands-Ebene kommen. Wir müssen zur Vorstands-Ebene kommen. Ja, ich muss mit dem Ding wieder zurückfahren. Wahrscheinlich sind dann auch eine Ausweiberung. Ich weiß nicht, wie sie alles sind. Okay, ich muss überspringen. Ja, gut. Lieber überspringen. Ja. Ja. Super. Verstehe. Okay, nein, da bin ich überstanden. Wir müssen die Energie verwenden, um zu graden. Gut, gut. Okay. Okay, ich hab hier eigentlich noch was gemacht. Ich hab die hier noch was gemacht. Wahrscheinlich zwei. Drei. Ich hab von noch die hier. Ah, wahrscheinlich durch die anderen Beben. Okay. Ich hab noch die Scarlet-Things. Ich lass da aber auch hoch. Ich muss mal die Fahrrad-Drohne rum. Ja, die Fahrrad hoch. Was? Was? Keu. Keu, keu. Ist das nicht aus? Ich hab auf die Haare gewonnen. Du bist nur ein Bandaer-Thing-Thing-Thing-Thing-Thing. Nein. Ich muss jetzt auch vorstagen. Ja, ichari mal auf den Betracht haben. Ich hab die da geholfen. Was ist das? Younger Was always as free as I wanted to be But I was just too scared to see Oh, I would go Oh Oh, yeah Oh, yeah I was down again So once you get something Okay, you got something out of the way I'd like this one I'd like this one This one I was born I'm sorry I don't know I'm sorry I'm sorry I don't know I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry So, in der Leber, da wird das noch gut. Ich wollte eigentlich sehen, dass ich das in der Leber in meinem Leben gewonnen bin. Ich wollte es hoffentlich sagen. Du kannst nicht missen, was du nie gesehen hast. Aber deep inside you, you know, it must be more. Du kannst nicht missen, was du nie gesehen hast. Oh, da ist meine Energie. Das mache ich. Ich wollte hier noch zwei, das nehme ich auf jeden Fall. Nicht da. Ich habe eine Akkursionsverstrecke. Jetzt bin ich da. Okay. Ich habe die Akkursionsverstrecke. Jetzt bin ich da. Ich muss den ausprobieren. Ich brauche Energie, ne? Dann tue ich das nicht aus. Oh, ja, bitte. So. Ich brauche hier. So. 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 Heftig sind. Oh. So, das packe ich da jetzt nochmal ein. Das macht Neil. Okay, die Energie lebt neben Monster und Ernährungsverboten. das sieht gut aus. Pass auf dich auf! Nächste Station, Fertigungskomplex B, Fernzüge. Schöp, 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 schöp! In den letzten Jahren liefen die Dinge nicht besonders gut. Ganz klar, wir kennen die Zahlen. Was ist der Fall? Jetzt bin ich auch ein paar Leute aus dem Weg. Ich habe dann die Ausflug, ein paar Menschen aus dem Weg. Ich bin die Ausflug, was ich von euch in die Ausflug. Ich bin die Ausflug. Ich weiß nicht, dass ich da oben in meinem Monat ziehe, oder sein Monat ziehe, oder sein Monat ziehe. Ich hab auch immer mehr. viel schneller rein vielleicht haben wir auch neue Wachen behoben chapp 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 faden warten das mag man ja Ja worüber könnte man ansonsten reden habt ihr von den Cum-Ex-Files gehört die ihr in letzter Zeit in der Navigate die sind ja das heißt also so eine Steuereinserziehung von den großen Banken und bestimmten Anzahlen die über 15 Euro, also die sehr viel Geld getradet haben im Sinne von zu denen sie wieder zur Zeit über die Senden aussprechen dann haben wir hier einfach dadurch konnten sie mehrfach Steuereinnahmen zu starten und dann haben wir ein bisschen drüber drauf eingehen ich habe für eine Weile ich habe dir dein Signal verloren Alles okay? Warren? Ich bin froh dass es dir gut geht Hast du Hilfe? Ich habe dein Signal in der Nähe der alten Bist du? Es geht mir gut stecke immer noch in der Vorstand aber wenn ich schon nicht hier rauskomme Was? Wenn wir so? Du meinst sicher nicht diese ganzen Mediengeschichten Krio vernichtet absichtlich die Atmosphäre um sich weitere Finanzspritzen zu sichern Komm schon sind wir wirklich so leichtläubig? Ich sitze hier ge- ich bin einfach Vielleicht versuchst du's mo- Ja Gerade habe ich nicht übel Lust den Hey Wir haben hier oben ein paar echte Genies Die gesamte Vorstandse- Wenn wir sie hier rausbekommen Gut Chavez war anderer Meinung was Resort Chavez? Du hast sie ge- sie wurde voll Sieht nicht aus als hätte Sie kann unmü- nach all die Ich bin nicht sicher ob Sie ist in dieser Beziehung Ist damals nicht einfach ruhig beiseite getr- Nur darauf schieben dass es nicht so ruhig beiseite ging Ich hab nie- Naja die Offizier- Vielleicht kannst du es über die Lüftungs- und Wartungschech- Dort sind Fabrik und Management Tower mit der- Okay da wo wir eben waren Ich dachte- Und ich dachte- Ich weiß nur dass irgendeine Art e- Muss jetzt gehen Wir sehen uns Ich werde- Ich brauche meinen- Bitte Die anderen hel- Lass mal hören Muss schon meine Akte- Ich bekomm das immer- Jeder in meiner Abteilung kriegt's- Ich muss es jetzt haben Bitte Ich muss- Such die Du hast von den anderen gesprochen Den meinst du? Die anderen? Hab sie gefragt, verstehste? Hab sie gefragt! Aber die wollen nicht helfen! Haben nur rüber gestarrt! Gesessen und rüber gestarrt! Stumm und verschwommen! Ich brauche es! Bitte! Ich brauche es jetzt! Ich will mit ihnen reden! Aber sie können mich nicht hören! Nicht mehr! Gebe ich ihnen oder gebe ich ihnen es nicht? Ich brauche es auf jeden Fall nicht! Aber wie ist das? Ich glaube ich habe das Implantat das du brauchst gleich hier! Oh man! Danke! Danke! So viel besser! So viel besser! Wie eine kühle Brise an einem heißen Tag! Hier! Das ist für deine Mühe! Ja! Was hat er mir gegeben? Na! Oh! Bin wieder ganz! Ich sumpfe! Ich muss los! Hm? Ich habe mir nichts gegeben! Hey! Mir egal was die anderen sagen! Ich muss los! Hm? Ich musste zurück zur Servicestation! Wurde da draußen ziemlich aufgemischt! Hab endlich ein paar andere Überlebende gefunden! Und bizarrerweise haben sie nicht versucht mir den Kopf abzureißen! Niemand weiß was hier läuft! Nur jede Menge Theorien! Von einem Fehler in der Zentraleinheit über eine feindliche Übernahme der Forschungsabteilung bis zu einem fehlgeschlagenen Neurolink-Update, um die Produktivität zu steigern! Alles ziemlich wild! Ich sehe da keine wirkliche Logik! Vielleicht hat die Maschinerie endlich die Schnauze voll von ihrem Sklaven-Dasein! Wer zur Hölle weiß das schon! Wer zur Hölle weiß das schon! Wer hat deine Hilfe da draußen? Also was gibt... Naja! Da war ein Mädel! Mallory! Mann! Dat war ne... Gescheit wie nix! Hab nicht viel verstanden von dem... Irgendwas über den Vorstand! Und dann war sie... Kannst du... Geht mir ganz schuld... Ist aber nicht seine Schuld! Guck dir die... Sicher, damit halten wir länger durch! Pass auf dich auf! Mallory heißt... Da kannst du... Malorie... Malorie... Ich kenne... Ich frage ich es jetzt! Gib Acht auf deine Kollegen! Sie geben Acht auf dich! Lücken wir jetzt schon nach... Hier schon... Was ist das? Irgendwann kam mir neue Gegner! Irgendwann kam mir neue Gegner! Schauen wir nochmal zurück! Am Anfang! Und da hatten wir auch im Droh-Modul! Irgendwann könnte ich bis Level 55 warten! Dann kann ich das Teil noch aufmachen! Aber es sind noch neun Level! Also... Das schaff ich glaube ich nicht! Wie viel habe ich hier? 12.000... 15... 14.400... 4.500... Ja... 19.900... Um die 20.000 habe ich da drinne! Zwei Level also nur... Malorie Stark! Eintrag... 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 Der Schlacht da! User Unknown... Hier habe ich einen vergessen auf jeden Fall! Da fehlt einer! Dr. Schaaf ist Hilfe! Na schon! Was läuft hier? Ah! Ed ist der... Und der Liberator ist Ed? Ok... Ed war der Software-Ingenieur der durchgedreht ist! Wann die auch noch mal erinnern? Ist die hier schon neue Gegner? Ne... Ob ihr es glaubt oder nicht! Ich hatte gerade ein leibhaftiges Meeting mit... Jonah Guttenberg... Schau wie es mal weiter ist! Ist das real? Ich mein... Was ist das real? Was ist das real? Unser Gründer Jonah Guttenberg hat eine Vision! Eine Vision in der Welt! Nächste Station... Stellgelegte Produktion... Raketenmontage... Ich trage mal einen Schock! Ach... das die the ja das die ja das das um du Was ist das? 2 gegen Dengue 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 Dafür müssen wir kurz fahren Warnung Hochgradige Energiediskontinuität festgestellt Nicht spezifizierter Schaden an Datensystemen registriert Failsafe-Protokoll ausgelöst Einrichtungsweite Aufzeichnung der Failsafe-Konsolen beginnt Log bei 0 Stunden, 0 Minuten, minus 19 Sekunden Im Fall eines kompletten Systemausfalls Müssen die lokalen Daten jeder Failsafe-Konsole Mal 11 wieder hergestellt werden Um den vollständigen Ablauf aller Ereignisse zu rekonstruieren Creo bittet Sie, sämtliche Sicherheits- und Werterhaltungsrichtlinien zu beachten Für weitere Institutionen wenden Sie sich bitte an Guck mal den hier aus Was macht der? Ach das ist der Ah da könnte ich mit dem Liquidator-Set rein Genau da habe ich glaube ich nicht genug Und dann geht Doch So Hur Woh Woh Wer Woh Woh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich denke jetzt nur 1 mal wieder im Grund, ich bin jetzt mal wieder biebter der in Ordnung, da haben wir ihn bekommen! Höhöhöh Ah, okay Zehärbe Zehärbe 10.病isch Die sind schon öffnet Ich glaube, die Hände ist okay Was ist denn eigentlich hier noch irgendwo? Oder irgendwo hier? Irgendwas mit den Drohnen sein. Was ist denn so schwach? Das ist ja ganz schön okay. Vielleicht habe ich das... Oh nein. Muss ich noch mal schauen. Was haben wir denn in einem Raum, den man geöffnet hat? Das ist echt komisch. Eigentlich reden die da drüber im Sinne. Dings, die wieder mit Spaß haben. Weird. Weird. Jetzt links. Jetzt haben die Gegner rausgelegt. Bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Für uns leichter. Ich wollte eigentlich eine andere Waffe aus, wenn wir damit ein bisschen trainieren. Jetzt haben wir dann wie einhändige Waffen und zweihändige Stäbe. Was ist das? Das ist eine Waffe. 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 Uhhhhhhhhh Uhhhhhhhhhh Uhhhhhhhhhhhhhhhhhh Das ist echt ein Rackigen Gegenüber Der will der mal Die Tür wird nicht schlecht verletzt. Die Tür hat nur jetzt gleich eine Erweigerung. Sie haben unser Schmack mit 3mk in der Tür. Sie haben also eine Erweigerung. Sie haben noch die Tür versucht Murstraße an, Oh Gott, das ist richtig. Gord Okay, he's missing. Was ist das? Na was? Ok, hey Jane Groans... Echt so gut... Was ist das? Vielen Dank. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Ich leed und leed und leed und leed. Ob jetzt glaubst du denn nicht? Wir sind noch wieder hoch. Früher Teufel und zwei Reden. Fliegt mir das auch. Organizer. Aber wir haben vier Grenzen zu nutzen. Da könnten wir uns hier kurz die Iron Maus, glaub ich, holen. Und dann geht es nicht mehr. Wir müssen da. Dann geht es nicht mehr. Dann gehen wir hier zurück. Und dann geht es nicht mehr. Ja. Wenn wir da so gegeben, ist es nicht mehr. Hallo! Oh fern! Ich hab die gewaffnet. Waffnet, ja. Struggle, zweiseitig. Einseitig und jede Sache. Wo ist der Unterschied? Keine Details. Ich darf 20. Ich muss auf 25. Das ist eine Großbarriere. Das muss ich weg. Einmal die wir uns wissen. Okay. Ich bin echt verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Okay. Ich bin echt stark. Ich bin echt klar. Ich bin echt klar. Wie ist der Wohls? Bei mir? Ich bin echt klar. Ich bin echt klar. Ich bin echt klar. Ich bin echt klar. Ja, wie ist der Wohls? Er gibt kein Wohlser. Der Wohlser ist auch tak. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020